Hallo! Hallo! Ich wollte schon sagen. Ja, damit herzlich willkommen zu Folge 49,5. Ihr wurdet... Warte mal, nee, vorsichtig. 48,5. Ja, 49 gibt's woanders. Nämlich, äh, ändert sich das Ganze jetzt. Ich hab's eigentlich gedacht, dass das, äh, schneller rauskommt, aber die Frage wird immer so oft gestellt, deswegen jetzt halt einfach dieses Bonus-Video. Äh, Python geht weiter, keine Sorge, aber von nun an fast täglich auf dem Kanal von Vinny. Und der Kanal ist hier verlinkt. Entweder klickt ihr hier auch irgendwo ins Bild oder ihr klickt auf den Link in der Beschreibung und dann kommt er direkt auf seinen Kanal. Ich tue das auch immer in meine Playlist, da kann man das auch nochmal überblicken. Und, äh, der Sinn hinter der Sache ist einfach, dass ich zwar kein Projekt beenden will, das einfach so läuft, also, es kommt einfach viel zu oft vor, dass ich laufende Projekte zu früh beende und das soll einfach nicht sein. Ähm. Äh, ich möchte einfach... Ja, fängt's ja irgendwann wieder an. Ich möchte einfach erstmal Platz haben, mal ein eigenes oder mal neues Projekt zu starten, was mal so ein bisschen von Minekraft abgeht. Ja, das, das wollte ich einfach sagen und deswegen springe ich jetzt mit der FEM Stinger in diesen Schlack allerdingsens. Tschüss. Das ist ja. Durfte ich nicht reden. Hallo? Was? Durfte ich nicht reden. Doch, du kannst. Noch kannst du was sagen. Nee, ich hab die ganze Zeit geredet. Ich hab die ganze Zeit geredet. Okay, Entschuldigung. Ich hab die ganze Zeit geredet. Okay, Entschuldigung. Okay. Bis zum nächsten Mal.